hallo sehr geehrte zuschauer schön dass ihr da seid ich habe eine frage an euch ich habe hierhin 20 jahre die internetseite und da steht hier ein monat laufzeit monatlich kündbar mit unbegrenzte laufzeit heißt es ich kann ja wieder auch in der webberfläche kündigen oder auch nicht in der webberfläche ich weiß es ja nicht habt ihr vielleicht Ahnung davon schreibt mir ja unter die kommentare damals mal getestet aber dann habe ich wieder gekündigt